666 alter alter weiter 242 passen da rein hier alter wer mal ein bisschen geld investieren in diese züge wenn das so benutzt wird da gibt es auf jeden fall bt wenn man das paar mal nicht nehmen ich werde mal ein bisschen bt rein plauzen hier mehr straßen alles hier volle straßenbahn nicht das züge und dann können wir auch mal ein paar da auf jeden fall so hier die ganze marmade alter lol haben die alle kein auto oder was was sind das senior alle gleich aus alle senioren sind gleich aus was ist denn das ach so ins licht ich dachte da ja noch nicht so viel boah hier sind sie schon moderner die züge der hat 600 boah das ist aber lang der zug boah der passt gar nicht ins bahngleis lol warte mal nochmal geil die züge sind größer als das bahnsteig wahrscheinlich weil ich so viel budget habe ab wird immer nur halb benzin der passagier letzte woche 250 jetzt nimmt es wieder ab hä hä sind die farbheiser bei euch so teuer oder was bepsi automat ja bepsi jetzt kommt ein normaler hä das war komisch hab ich da zwei züge ich kann es dir nicht genau sagen ich weiß auch nicht aber es ist merkwürdig was gibt es noch für möglichkeiten hier der langen zug oder das verlangt wo ja was haben wir noch eine seilbahn geil nee wollen wir nicht was ist denn das hier wo ist ja menschen wo kann man den menschen nachsehen touristen aha blau okay und jetzt wie sehe ich das linien u-bahn na gut 219 okay hm wenn ich da noch mehr baue hm ja das problem an der sache die heile stellen eben zu viel platz ein züge schiffe nee u-bahn nee und wie baue ich das jetzt hier was ist das knoten im bahnhof gibt sie nicht was ist das bahnhof bahnhof aha komm wir bauen das auch mal hier kommen nahverkehrsnet muss gut sein denn das baue ich eine heilestelle ist das mit acht euro bahnhof brauchen wir noch ein bahnhof bau ich hier oben hin und was ist das und was ist das ich baue mal lieber die kleinen und machen wir hier noch einen hin hm ach die kommen ja nicht runter oder was wir bauen mal den den kann ich nur so dann bauen wir hier mal noch einen hin so 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 geht hier nicht geht hier ist ja okay jetzt verbinden achso nee wir machen das mal äh das ist wie scheiße jetzt kann man das auch unter sich legen das geht nicht aha okay ja macht's gut macht's gut mit dir wo ist die andere bahnhof wird abgerissen hier das abgerissen unternehmen kommt macht's gut kollegen und wo ist der andere bahnhof jetzt alles klar so hab ich noch einen gehabt ich hab da irgendwo noch einen hingepflanzt den haben wir eingeknüppelt wo ist der andere bahnhof jetzt ich weiß es gar nicht mehr irgendwo wurde noch hier ein zweiter bahn hab ich noch einen den haben wir okay dann muss ich also da hoch das ist doch der hämmer jetzt gehe ich einmal jetzt wieder durch tschüssi macht's gut macht's schön mit euch so und dann hier lang hier zack ui zack und dann so haben wir noch was vergessen anzustöpseln er ist auch nicht angestöpselt oder den haben wir angestöpselt der ist auch nicht angestöpselt hier meisterlampe hier geht's nicht durch ähm hier auch nicht hier irgendwie hier so zack meisterlampe äh hier 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 so ähm wo ist der andere bahnhof hier äh ja also hier so und dann da so und dann hier so und dann da und dann da und dann hier perfekte sache so jetzt haben wir den angeknüpft jetzt müssen wir noch den anknüppeln hier ich hoffe es ist etwas bringt Leute wir machen es einfach mal Mensch bau er jetzt hier hallo wiii zack damit er sich langweilig wird damit du noch wenden kannst so äh machen wir so so und und jetzt ja wie wie verbinde ich denn das jetzt aha so wiii zack äh zack 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 und zack nee und zurück zum absender jawohl geht läuft so und jetzt sind wir mal gucken mal packen wir mal gespannt da werden wir da auch Geld reinpulvern halt wo willst du denn hin warte mal äh okay aha so bin ich gespannt wie viel wo 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 warte mal wo 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 musst du jetzt hin hier was ist das schon ein toter alter leckt mich doch wo sind die toten hier komm hier kannst du gleich nochmal wegfahren los hier könnt ihr fahren ja ich brauche medizinische versorgung hier volle pulle so jetzt mehr geld gibt so jetzt jetzt habe ich den zug verloren wie wie heißt denn das über acht jahr blablabla hier lila weißt was ich meine irgendwas mit metro real oder irgendwas ist das das hier jawohl so oh jetzt haben wir nicht mehr so viel geld wir müssen sparen so jetzt fangen die mit der weltmeister ich weiß gar nicht wo der haltestelle ihr wart da irgendwo eine haltestelle ihr wart da irgendwo eine einfach mal hier hä ach hier war die verdient letzte woche passagiere die werden schon alle krank äh stirbt alle stirbt jetzt geht die große flut wieder los hier hier was ist denn das keine Ahnung rückt alle aus 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 oh hier Alter was ist denn nur hier los wieso sterben denn die jetzt alle Abwasser Verschmutzung guck mal Tourismus keine Ahnung wo ist was Dampf verboten nicht egal Straßen ich brauche Verschmutzung das Gelände erhöht Leute wo ist denn Verschmutzung oder war das war da beim Wasser irgendwo hä das verstehe ich aber nicht warum die jetzt sterben muss da irgendwo Verschmutzung sein Gesundheit ja was ist los ich verstehe es nicht Leute aha Verschmutzung wo ist verfickter Verschmutzung also ich drehe durch muss da irgendwo Verschmutzung sein hier Boden nee hau aber nicht ist egal das ist das ist das ist das das